The Callisto Protocol. Ein enttäuschendes Erlebnis statt eines Horror Highlights. GamePro Review. Willkommen bei Bewertungen, Ratschläge und Tipps. Ich habe diese Bewertungen basierend auf meiner persönlichen Forschung und Meinung. Ich versuche sie basierend auf ihrem Preis, Qualität und mehr. The Callisto Protocol, ein mit Spannung erwartetes Skifi-Horror-Spiel, sollte ein spannendes Erlebnis bieten, das an die gefeierte Dead Space Serie erinnert. Die Realität erwies sich jedoch als große Enttäuschung für Horrorspiel-Enthusiasten. In diesem Game-Protest gehen wir auf die Details von The Callisto Protocol ein und untersuchen, warum es sein Potenzial nicht ausgeschöpft hat. 14 Jahre nach der Veröffentlichung von Dead Space kehrt Glenn Schofield, einer der Mitschöpfer des kultigen Horror-Franchise, mit The Callisto Protocol zurück, das von Streaking Distance Studios entwickelt wurde. The Callisto Protocol verspricht ein Third-Person-Skifi-Horror-Erlebnis und beeindruckt visuell und atmosphärisch auf der PS5 und Xbox Series X, S. Wenn es jedoch um das Gameplay geht, insbesondere um die Nahkampfmechanik, bleibt das Spiel hinter seiner offensichtlichen Inspiration zurück. Darüber hinaus leidet es unter erheblichen Mängeln, die häufig den Gesamtgenuss dämpfen. In diesem Test gehen wir der Frage nach, warum The Callisto Protocol die Erwartungen von Horrorspiel-Enthusiasten nicht erfüllen konnte. Epilepsie-Warnung Bevor wir weiter in die Materie eintauchen, ist es wichtig, eine klare Warnung bezüglich der Lichtempfindlichkeit auszusprechen und die Option zum Reduzieren von blinkenden Lichtern im Menü des Spiels hervorzuheben. Es ist auch ratsam, die HDR-Funktion zu deaktivieren, wenn Beschwerden auftreten. Begib dich direkt ins Gefängnis, gehe nicht über los. Die Geschichte von The Callisto Protocol dreht sich um den katastrophalen Tag des Transportpiloten Jakob Lee. Nachdem sein Raumfrachter auf dem eisigen und schneebedeckten Mond Jupiter namens Callisto abgestürzt ist, findet sich Jakob aus unbekannten Gründen im Gefängnis wieder. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, bricht kurz nach seiner Ankunft Chaos in der imposanten Stahlkonstruktion aus. Das Gefängnis steht in Flammen, Wärter liegen zerstückelt in Blutlachen, verängstigte Insassen ringen um ihr Leben, und zu allem Überflussstreifen mutierte Kreaturen durch die Gänge. Trotz seiner Linearität bietet The Callisto Protocol alternative Wege, die zur Entdeckung von Audio-Protokollen führen, die zusätzliche Hintergrundinformationen enthalten. Horror Atmo vom Feinsten Trotz seiner Unzulänglichkeiten zeichnet sich The Callisto Protocol durch seine Grafik und atmosphärischen Horrorelemente aus. Mit seinen immersiven Licht- und Schatteneffekten, realistischen Charakteranimationen, unheimlichen, nebelverhangenen dunklen Korridoren und grausamen Splatter-Effekten schafft das Spiel ein fantastisches visuelles Erlebnis. Man kann argumentieren, dass The Callisto Protocol eines der atmosphärischsten Spielerlebnisse des Jahres 2022 bietet. Die Integration des haptischen Feedbacks des Dual-Sense-Controllers fügt eine weitere Ebene der Immersion hinzu und ermöglicht es den Spielern, beispielsweise das Rasseln von Rotorblättern zu spüren. Das 3D-Audio-Design, insbesondere wenn man es mit Kopfhörern erlebt, trägt erheblich zur beklemmenden Atmosphäre des Spiels bei. Allerdings gibt es einige Probleme mit dem Sound, darunter die gelegentliche Abmühung der meist guten deutschen und englischen Sprachausgabe sowie schlecht ausbalancierte Dialoge. Die es schwierig machen, NPCs-Letter zu verstehen, ohne die Lautstärke deutlich zu erhöhen. Diese klangbezogenen Probleme müssen mit einem Patch behoben werden. So steht es um die Technik auf PS5 und Xbox Series X. Aus technischer Sicht funktioniert The Callisto Protocol sowohl auf der PS5 als auch auf der Xbox Series X gut, obwohl es nicht ohne Mängel ist. Als besonders ärgerlich erweisen sich die bereits erwähnten Audiobooks. Die Spieler haben auf beiden Konsolen die Möglichkeit, zwischen einem 30 FPS und einem 60 FPS Modus zu wählen. Grafische Unterschiede zwischen den beiden Modi Im Performance-Modus läuft das Spiel meist mit 60 FPS, überspringt aber in bestimmten Situationen Frames. Wenn variable Bild-Wid-Erholraten, VRR, aktiviert sind, sollte das leichte Ruckeln unbemerkt bleiben. Es ist erwähnenswert, dass das Spiel keine Unterstützung für 120 HZ-Displays bietet und der Performance-Modus der einzige Modus ist, der VRR aktiviert. Bei der Grafik reduziert der Performance-Modus die native 2160p-Auflösung, 4K, auf immer noch hohe 1800p. Die visuelle Ausgabe Horror-Atmo vom Feinsten Trotz seiner Mängel überzeugt The Callisto Protocol durch seine visuellen und atmosphärischen Horror-Elemente. Mit seinen eindringlichen Licht- und Schatten-Effekten, realistischen Charakter-Animationen, unheimlichen, nebelgefüllten dunklen Korridoren und grausamen Splatter-Effekten schafft das Spiel ein fantastisches visuelles Erlebnis. Man könnte argumentieren, dass The Callisto Protocol eines der atmosphärischsten Spielerlebnisse des Jahres 2022 bietet. Die Integration des haptischen Feedbacks des Dual-Sense-Controllers trägt zur Immersion bei und ermöglicht es den Spielern beispielsweise, das Rattern der Rotorblätter zu spüren. Das 3D-Audiodesign, besonders wenn es mit Kopfhörern erlebt wird, trägt maßgeblich zur bedrückenden Atmosphäre des Spiels bei. Es gibt jedoch einige Probleme mit dem Sound, darunter gelegentliches Vermischen der größtenteils guten deutschen und englischen Synchronisation sowie schlecht ausbalancierte Dialoge, die es schwer machen, NPC-Sletter zu verstehen, ohne die Lautstärke erheblich zu erhöhen. Diese soundbezogenen Probleme müssen mit einem Patch behoben werden. So steht es um die Technik auf PS5 und Xbox Series X. Aus technischer Sicht läuft The Callisto Protocol sowohl auf der PS5 als auch auf der Xbox Series X gut, wenn auch nicht ohne Mängel. Die zuvor erwähnten Audiobooks erweisen sich als besonders ärgerlich. Die Spieler haben die Möglichkeit, zwischen einem 30fps und einem 60fps-Modus auf beiden Konsolen zu wählen. Grafische Unterschiede zwischen den beiden Modi Im Performance-Modus läuft das Spiel größtenteils mit 60fps, überspringt jedoch in bestimmten Situationen Frames. Wenn die variable Refresh-Rate, VRR, aktiviert ist, sollte das leichte Ruckeln unbemerkt bleiben. Es ist erwähnenswert, dass das Spiel keine Unterstützung für 120Hz-Displays bietet und der Performance-Modus der einzige Modus ist, der VRR aktiviert. In Bezug auf die Grafik reduziert der Performance-Modus die native 2160p, 4K, Auflösung auf immer noch hohe 1800p. Die visuelle Ausgabe Die Entwickler haben betont, dass The Callisto Protocol stark von der Dead Space Serie inspiriert ist. Glenn Schofield, der Schöpfer von Dead Space, ist der kreative Kopf hinter dem Spiel, und viele Fans hatten hohe Erwartungen an ein ähnliches Horror-Genre-Erlebnis. Leider konnte das Spiel diese Erwartungen nicht erfüllen, zumindest nach den vorliegenden Informationen bis zu meinem Wissensstand im September 2021. Es gab Berichte über technische Probleme, wie zum Beispiel Audiobooks, die die Spielerfahrung beeinträchtigt haben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich die Entwicklung von Spielen im Laufe der Zeit ändern kann und dass es möglicherweise Aktualisierungen oder Patches gegeben hat, die einige dieser Probleme behoben haben. Wenn Sie den Preis sehen und mehr erfahren über die besten Produkte, unten im Videobeschreibung finden Sie alle Links. Sie werden weitergeleitet. Sind Sie begeistert? Ich freue mich sehr über einen Like und ein Abo. Wenn Sie die Glocke drücken, dann verpassen Sie kein Video.